Was war das ekligste, was ihr je getan habt? Mir ging's mal ziemlich schlecht und hab deswegen ein Nickerchen gemacht. Als ich aufwachte ging's mir aber noch schlechter und wollte deshalb runtergehen, um es meiner Frau zu erzählen. Ich hatte nur eine Unterhose und ein T-Shirt an. Genau als ich ganz oben bei der Treppe stand, musste ich mich dann so stark übergeben, dass ich ohnmächtig wurde. Kurz darauf hatte ich explosiven Durchfall. Ich bin auf dem halben Weg die Treppe runter wieder zu mir gekommen, während ich auf einer Schicht meiner eigenen Flüssigkeiten die Treppe runterrutschte. Mir ist auf Arbeit mal mein Brot auf den Boden gefallen. Es war voll mit Dreck und Holzspinnen. Mir ging's sowieso schon schlecht an dem Tag, ich hab's also einfach aufgehoben und gegessen. In der fünften Klasse habe ich immer ein bisschen in meine Hose gekackt, dann die kleinen Stücke unauffällig rausgeholt. Ich bin dann immer aufgestanden, um meine Nase zu putzen, habe das Stück in ein Taschentuch gewickelt und es dann in den Müll geworfen. Die Lehrer haben sich dann immer gefragt, warum es so hart im Klassenzimmer gestunken hat. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war damals.